So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch mal den Tesla vorstellen. Das ist also ein Hund, dessen Halt er sich bei uns gemeldet hat und das ist wieder eine absolut klassische Geschichte. Wie gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hunde da draußen vor sich hin vegetieren und leiden mit diesem oder einem ähnlichen Werdegang. Es ist immer ganz, ganz schlimm, das so mit anzusehen. Ich gehe nur mal schnell durch. Das Video ist jetzt hier für jeden gedacht, der sich darin wiederfindet. Und der sagt, what the fuck, das könnte ja meine Geschichte sein, weil es leider auch so ist, dass wir eigentlich immer dieselben Geschichten hören in gewisser Abwandlung. Also wir fragen immer die Hunde halt dann, bevor die zu uns kommen, gib erstmal so deine konkreten Symptome an, die Probleme, die der Hund gerade gegenwärtig hat. Und dann allein schon diese Litanei, diese ellenlange, wir können ja mal durchgehen hier, also Atopika, atopische Dermatitis. Hautprobleme heißt das also, Gewichtsverlust heißt, ja, Nährstoffe nicht vorhanden, der Körper kann die Nährstoffe nicht aufnehmen. Tierarztfutter, Tierarzt verkauft immer irgendwelches Futter, klar ist die Haupteinnahmequelle für Tierärzte neben Spot-ons und Wurmtabletten. Und ja, das ist immer so ein Wechsel zwischen irgendeinem Tierarztfutter und dann wieder von mir selber bekocht, Juckreiz, allgegenwärtig, Augenpopel, also diese Augenausfluss, diese schleimigen Sekrete, die da aus dem Auge ständig rauskommen. Rülpsen spricht also für Magenproblematik, wahrscheinlich eine Magenschleimhautentzündung, zwischen Zehenabstests, da geht es ja weiter, die kann aber niemand in Zusammenhang bringen, dass die Pfoten zwischen Zehenabstests, generell wunde Pfoten, Pfoten lecken, diese ständige Knabbern zwischen den Zehen. All das gehört auch dazu, dann neues Tierarztfutter, wie gesagt, ich nenne die alle nicht beim Namen, um hier auch nicht auf irgendwelche, ja, Probleme zu stoßen, Fellverlust, also auch ein Hautproblem, Krusten, Schuppenflechte, so, dann gibt es Kortison, ja, also, so, trotzdem Juckreiz im ganzen Körper, Piodermie, also eine eitrige Hautentzündung quasi am Bauch, Schilddrüsenunterfunktion, kommt dann später ganz neu dazu, und er nennt ihn liebevoll seinen Mittelklassewagen, Probleme seit Welpenalter, ständig was anderes, also mir zieht es mal regelmäßig die Schuhe aus, wenn ich sowas lese, ein Tier, was seit Welpenalter eigentlich krank ist und ständig irgendwas anderes hat, natürlich wünschen sich die Halter nichts anderes als, dass der Hund gesund wäre, mal irgendwann, und das, ja, ist ja klar, also sozusagen Gewicht zunimmt, glücklich ist, und auch diesen elendigen Juckreiz mal irgendwann los wird. Das größte Hindernis, diesen Zustand selbst zu erreichen, ja, Hund ist seit dem Welpenalter krank, kann ich nicht sagen, wo wir überall schon waren und wohin wir schon überall Geld zahlen, so. Dieser Tierarztmarathon, der ist einfach unsäglich, und es wird immer viel probiert, ohne dass ihm wirklich richtig ganzheitlich und nachhaltig geholfen wurde. So, meistens wurde es dann so unbequem, und irgendwann wurde die Behandlung abgebrochen, dadadada, ja, ich kenne das ja alles, und Tierarzt ist mit seinem Latein am Ende, und er ist das Textbuch, okay, Halter würde alles für ihn tun, der Hund ist sieben Jahre alt, und er hofft natürlich auch, dass der Hund noch weitere sieben Jahre leben wird, und das kann ich schon mal sagen, wird nicht einfach so passieren, sondern da braucht es ganz konkrete, also da braucht es einen Fahrplan und ganz konkrete Schritte, die kleinschrittig aufgebaut, also aufeinander aufbauend vollzogen werden, da braucht es einen ganz klaren Plan, und nichts, was ich hier in so einem kurzen Video mitgeben könnte, würde dieses Problem lösen. Es gibt nicht diese eine Wunderpille, sondern wenn hier über sieben Jahre quasi alles schiefgelaufen ist, dann muss man sich mental schon mal damit anfreunden, dass es mindestens wieder ein Viertel, ein halbes Jahr dauern wird, um das Ganze wieder ganz kleinschrittig von Grund auf aufzubauen. Was viele Hunde halt dann machen, ist halt eben irgendwie ein Barfbuch lesen, oder generell, die stoßen irgendwie auf Barf, fangen an ihren Hund, der komplett kaputt, also komplett krank ist, zu barfen, ja, also ich bekoche ihn ja selber, hat er ja oben gesagt, und dann kommt halt eben, es kann halt nicht funktionieren, weil der Hund nicht von klein auf, also weil der Körper des Tieres nicht kleinschrittig aufgebaut wurde, weil einfach viel zu viel auf einmal, weil viel zu viele Köche hier rumgefummelt haben in der Suppe, und das halt einfach insgesamt dann in die Hose geht, also wie gesagt, jetzt nur das hier für dich als Hundehalter, ein kleiner Wachrüttler, eine Erinnerung, wenn es dir genauso geht, wenn das hier dir alles ansatzweise bekannt vorkommt, und es sind eigentlich immer dieselben Probleme, die Hunde halt so haben, es ist immer Haut, es ist immer Darm, es sind immer die Augen, immer Ohrenentzündungen, fehlt mir hier eigentlich noch, Analdrüsenentzündungen, Magen-Darm-Problematik, Schmerzen, Erbrechen, was es auch immer sein mag, und dann halt am Ende bis hin zur Schilddrüsenunterfunktion, das sind all die Sachen, die sich aufeinander aufbauen, mit der Zeit entwickeln, also aufeinander aufbauend mit der Zeit entwickeln, und da kommt man nur raus aus diesem Tierarzt-Marathon, aus dieser Medikamenten-Abwärts-Spirale, wenn man einmal überhaupt versteht, wie es alles dazu gekommen ist, die Zusammenhänge versteht, und dann eben auch bereit ist, über einen längeren Zeitraum von, wie gesagt, drei bis sechs Monaten, das Ganze wieder kleinschrittig aufzubauen, und wem sein Hund das wert ist, der kann sich gerne bei uns melden, wir haben von dem Kaliber hier schon, ja, wie gesagt, guckt ihr gerne die Bewertungen auf unserer Webseite an, franzspitzer.de, wir haben ja schon Dutzende Bewertungen von Hunden, die genau auch so zu uns kamen, und am Ende gesund waren, aber es braucht eben etwas Zeit, es braucht vom Halter eine ganze Menge Energie und Aufwand, der da betrieben werden muss, und das Ganze ist also nicht hier mit so einem schnellen Video einfach mal so erklärt, das heißt, all denen, die jetzt hier die Wunderpille suchen, ne, Franz, gib mir jetzt hier meinen Tipp, kommen ganz viele zu uns, die einfach nur ein paar Tipps wollen, die enden dann genau hier, und stellen irgendwann fest, es gibt nicht diesen einen Tipp, sondern hier wird, also hier ist einfach alles falsch gelaufen, und da muss sozusagen wirklich kleinschrittig aufgebaut werden, wir haben dann eine ganze Checkliste von über 50 Punkten, die nach und nach nacheinander abgearbeitet werden müssen, auch in der Reihenfolge, dann kann man irgendwann anfangen, das Kortison langsam auszuschleichen, und das Ganze wird halt, wie gesagt, dauern. Und ich kann, wie gesagt, die Videos hier immer nur machen, um jedem Hunde halt da so klar zu machen, okay, hör zu, du bist nicht alleine, es gibt so viele, die dieses Problem haben, weil diese Schulmedizin da draußen einfach, ja, ich sag mal ganz netthöflich, nicht funktioniert, und weil sie zu dem hier führt, und weil also Dauerpatienten kreiert werden, die dem Tierarzt und der Pharmaindustrie und noch einigen anderen jede Menge Geld bringen, in der Futtermittelindustrie zum Beispiel auch, aber nicht deinem Hund helfen. Und je eher du als Hundehalter das einmal checkst und verstehst, und dann eben auch die entsprechenden Handlungen tätigst und da aktiv aussteigst aus der Nummer, solange wirst du also weiter hier auf deinen Mittelklassewagen zusteuern. Genau, also das Video jetzt nur kurz so als kurzer Abriss von dem, was mich tagtäglich erreicht. Es zerreißt einem das Herz, aber gut, wir können es nur in die Welt tragen und sagen, dass es dafür eine Lösung gibt. Bereit sein, diesen Weg aber auch zu gehen und umzusetzen, das ist eben das, was die Spreu vom Weizen bekanntlich trennt, und das muss jeder Hundehalter für sich entscheiden. Genau, dann machst du schon für dieses Video. Ich wünsche dir, falls es dir auch so geht wie das hier, trotzdem alles Gute für dich und deinen Hund. Und ja, würde mich freuen, von dem einen oder anderen zu hören. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, der NTI-Arzt, Dr. Franz.